Wir grüßen unseren Führer mit einem dreifachen Sieg! 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 Attentat auf den Führer in München. Eine Bombe. Wie glauben Sie, ist ihr infamer Anschlag ausgegangen? Der Führer lebt. Fangen wir ganz von vorne an. Du bist doch die Elsa. Ich bin der Elsa Schorsch. Schorsch, du kannst Brottheit aus dem Dorf noch frei rumlaufen darfst. Warum lässt man uns nicht so sein, wie wir wollen? Wenn du es ernst meinen, Herr Schorsch. Vielleicht ist es wirklich das erste Mal, dass ich es ernst meine. Hitler ist schlecht für Deutschland. Und die Juden, die werden bestohlen und gequält. Irgendjemand muss den Wahnsinn noch aufheben. Irgendjemand aber nicht du oder ich. Eine Bombe von so einer Durchschlagskraft hätte er niemals alleine konzentrieren können. Wer sind Ihre Hintermänner? Du kannst nicht mehr aus ihm rauskriegen als die Wahrheit. Wir legen die Wahrheit fest. Hast du das getan, Schorsch? Feier! 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 Wenn der Mensch nicht frei ist, stirbt alles ab.